Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video von ISEENKURS mit meiner Junikeit. Ich bin der Schulze heute zwei bei Call of Duty Monowarfer 2, die Kampagne und ja, das geht auch schon mal los. Ich bin der Schulze. Lass mich. Ja, fette Sniperdinger. Wir sind in Schusspositionen. Sicht auf zwei bewaffnete Ziele versteckt im Feld. Grüne Pflicht. Aufschalten, wenn möglich. Roger. Warten. Gas. Kein Wind. 200 Meter. Mein Zeichen. Bravo. Wie sieht's aus? Bravo. Der Status? Treffer, Watcher. Zwei Tote. Ich dachte gerade schon, Alter. Rückt vor und seht, was ihr rausfindet. Mobile Patrouillen und angeboten. Gleiter Nords. Visierer an, Sergeant. Sehen wir mit was wir es zu tun haben? Ich sehe sie. Kartell? Vermutlich. Schleichen wir uns an ihnen vorbei. Mal sehen, was sie vor uns verbergen. Bleib unten zwischen den Gräsern. Wir müssen nicht kämpfen. Watcher an, Bravo. Wie sieht's aus, Jungs? Unterwegs, Last War. Kartellwaren im Einsatz. Irgendwas, wo eine Rakete drin sein könnte. Negativ. Verstanden. Weitersuchen. Ende. Boah, Digga, Alter. Das ist so krank, Alter. Guckt euch die Tarnung an von der Waffe. Alter, Alter, das ist... Das ist schon hart. Boah, die Windkraftanlagen, Jürgen. Warte, zwei Links. Folge meinem Laser mit deinem Thermalvisier. Wo? Benutze den Thermalvisier. Links sind noch zwei. Wo denn? Da. Ich hab sie. Auf dein Zeichen. Warte, 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 warte. Wir sind ein Team, Sergeant. Arbeiten wir zusammen. Na, Digga, sorry, hab ich nicht gesehen, du... Bravo, ihr Watcher. Wie ist euer Status? In der Nähe der Windräder. Verstanden. Begebt euch zur Baumgrenze vor euch. Sie wird etwas Deckung geben. Bestätigt. Machen wir schon hin. Ach, Digga, das ist krank, Bruder. Moment. Da kommen Fahrzeuge. Wie siehst du das? Containertruck. Ja. Richtige Größe für eine Rakete. Folgen wir ihm. Bravo an Watcher. Wir haben Transporter nördlich von unserer Position entdeckt. Einer transportiert einen Container. Könnten die Raketen sein. Verstanden. Deswegen sind wir hier. Ich folge der Küste für eine bessere Sicht. Dranbleiben. Okay, Ende. Warte, wo geht das jetzt da durch diesen Pisstünnel, Alter? Unter der Straße. So kommen wir auf die andere Seite. Ja. Nach dir. Boah. Hattele und Terroristen. Komische Kombi, oder? Terroristen geht es um die Vergangenheit. Markus um die Zukunft. Was haben sie gemeinsam? Boah. Revierer und frisches Blut. Sie ziehen die Jugend an. Ihnen gehen nie die Rekruten aus. Was ist das denn? Ich, ist das kacke? Nee, Schlamm, oder? Boah. Boah. Boah, aber die liegt das krass. Das granselt höher und bietet mehr Deckung. Drück dich und sei unauffällig. der sieht aus alter es ist krank alter wirklich ich habe aus vorsehen sprint gedrückt und das steht auch noch mal egal das sind einfach diese schüsse fehler die ich hier mache ich bin ich gar nicht so das gras ist höher und bietet mehr deckung das ist halt dann aktivität kommen mehr kleine patrouille direkt vor versuche ihre wiege voraus zu ahnen wenn du ausweichen musst dann langsam und ruhig eine schnellen bewegungen nicht bewegen das wird knapp das so krank ist so eine tarnung alter kann ich mir gar nicht vorstellen also vom weiten ja der er hat doch nur mein kopf gewinnt sei mal nicht so hart zu ernst Warte, Aktivität, komm näher. Kleine Patrouille, direkt vor uns. Guck dir das mal wirklich gar nicht, Alter. Versteck die Waffe, Gas. Versuche, ihre Wege vorauszuahmen. Guck dir euch den Arschloch an, Alter. Wenn du ausweichen musst, dann langsam und ruhig. Okay. Keine schnellen Bewegungen. Komm mal hin. Nicht bewegen. Das wird knapp. Ich mach nichts. Hände sind oben. Ich mach gar nichts. Absolut krank, die Story wirklich, Alter. Richtig fett, Digga. Das ist übrigens Folge 5, ne? Kranke Scheiße, Digga. Ja, Bruder, was ist das? Ich hab dich gemacht. Ich hab mich lieber bewegt. Warte, Aktivität, komm näher. Kleine Patrouille, direkt vor uns. Deshalb packe ich mich hier an die Seite, Alter. Versteck die Wasser, Gas. Ach so. Alter, wenn die mich jetzt hier drin... Versuche, ihre Wege vorauszuahmen. Wenn die mich jetzt hier drin finden, Digga, aber dann ist das mal... Wenn du ausweichen musst, dann langsam und ruhig. Das ist die Linke auch nicht, Alter. Echt gut getarnt. Keine schnellen Bewegungen. Nicht bewegen. Ja, Captain. Das wird knapp. Nein, ich bin an der Leiter. Dürfte nichts passieren. Nein! Komm, Bruder, ja. Ja, Digga, Alter. Was, Digga, wo soll ich denn sonst hin, Digga? Soll ich verarschen? Wir haben ja die letzte Folge so eine Scheiße schon gewesen. Das geht schon wieder weiter hier, Alter. Zum Katzen, Digga, wo soll ich denn sonst hin? Warte, Aktivität, komm näher. Kleine Patrouille, direkt vor uns. So, diesmal da am Felden. Versteckt die Wassergas. Versuche ihre Wege voraus zu ahnen. Wenn du ausweichen musst, dann läuft es hier jetzt so, ja? Das ist aber vorbei, du. Keine schnellen Bewegungen. Nicht bewegen. Das wird knapp. Ja, wenn mich jetzt hier jemand findet. Dann ist es aber vorbei. Ja, ich bin Gras, Digga. Ich habe Gras auf dem Rücken. Ja, ich bin Gras, Digga. Ich bin Gras auf dem Rücken. Nein, 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 nein Mit einem Thermalvisier siehst du, was ich markiere. Verstanden. Sichtkontakt. Erledige ihn. Sein Freund gehört mir. Warte, 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 warte. Chill, chill, chill. Einer. Zwei, gut. Drei. Zwei, eins. Eliminiert. Guter Scheiß. Gut. Wir kommen weiter. Ja, das Gebäude voraus. Draußen ist niemand. Aber drinnen vielleicht. Jungen, das ist so ein Jaffenkitze, Digga. Habt ihr gesehen, Digga? Ich bin, Digga. Ja, Moin. Fliegen einfach die Bällen, Alter. Überprüfe das Gebäude mit deinem Herzschlag-Sensor. 4. Aufschluss. Sicher, drinnen ist nichts. Gibt es sowas, Alter? In Bewegung bleiben. Digga, wenn es sowas in Realitätenkrieg gibt, dann wird es ein paar alle tot. Irgendein richtige C.A. Agent, Alter. Jetzt verliert mir alles raus, Alter. Offenbar sind Sie stehen geblieben. Nicht angreifen. Da kommen wir unbemerkt vorbei. Okay. Er bewegt sich wieder. Kein Sichtkontakt. Verstanden. Ich halte nach ihm ausschauen. Die werden halb umgeben jetzt in Bewegung bleiben. Okay. Baumgrenze voraus. Rüber da. Baumgrenze voraus. Schon praktisch mit den ganzen Büchern und allem und allem und allem hier. Schon nice, oder? Oh, die ist nice. Die Bäume bieten uns bessere Deckung, aber bleib aufmerksam. Der Truck mit dem Container ist hier. Sie könnten ihn ins Lagerhaus entladen. Mehrere Bewaffnete im Bereich. Bestätigt. Okay. Kate? Du bist froh, wieder einen Einsatz zu haben? Bist du froh, wieder im Einsatz zu sein? Ich bin hier, weil das vor meiner Nase passiert ist. Ich muss wissen, wie. Wir nehmen uns bekannte, wahrscheinliche und verdächtige Ziele vor Kate. Ihr trefft alles zu. Durch beiden würde ich jederzeit ein Schützenloch teilen. Klären wir diesen Mist auf. Wenn eine dieser Raketen eine Stadt trifft, werden Menschen sterben. Wir sind fast da. Direkt hinter diesem Kamm haben wir Sicht auf das Hauptgebäude. Wenn die Raketen hier sind, könnten sie da drin sein. Das war es nicht, falls mit dem mal in den Katschen war. Wir fliegen uns entlang der Windräder auf den Kamm zu Lasswar. Gut. Ihr nähert euch den Hauptgebäuden. Vom Hügel aus könnt ihr sie sehen. Das Wetter ist auf unserer Seite. Nebel. Schlechte Sicht. Das und die Tarnanzüge sollten uns verborgen halten. Hauptgebäude gesichtet. 400 Meter auf 1 Uhr. Halb schnell, Digga. Finde einen Platz im Gras. Dann schauen wir mal, wer da ist. Halt, Maul, Digga. Was ist das denn? Klimm dich hinter dein Visier und erkunde die Gegend. Heilige Scheiße, Captain. So viele Ziele. Bestätigt. Hier wimmelt es von Kartelleinheiten. Benutze deinen variablen Zoom von hier. Das ist weit weg. Nicht schießen. Ja, ja. Greif erst an, wenn ich die Entfernung weiß. Roger, wir sind bereit. Schaltet von dort so viele wie möglich aus. Fangt mit den Verstreuten an. Verstanden. Dann los, Sir. Nach dir. Zwei andere können ihn sehen. Suche eine Stelle um zwei Minuten. Warte auf meine Entfernungsangabe und halte vor dein Ziel, wenn es sich bewegt. Wachsam bleiben. Sie dürfen die Leichen der anderen Patrouille nicht finden. Er ist ganz allein. Kompensiere dreieinhalb Striche für Geschossabfall. Was schießen oder sowas? Hab ihn. Netter Schuss. So, jetzt ja. Er ist allein. Drei Striche für Geschossabfall. Ausgeräuchert. Das Lass-Armas-Kartell hat offene Stellen. Es ist nur er. Drei Striche. Ein Todesfall. Noch ein toter Narko. Okay. Das sind Zivilisten. Sie sind nicht bewaffnet. Was haben Zivilisten hier zu suchen? Dieser Brutplatz ist im Betrieb. Jemand muss die Fische füttern. Okay. Jetzt ist uns keinem mehr. Ist das die Brutplatz? Okay, ich glaube da. Nein. Er hat einen Schuss gehört. Getroffen. Er hat mich getroffen. Sie ziehen sich zurück. Bei Scharfschützen müssen sie in Deckung gehen. Schütze eliminiert. Nachher. Nachher. Komm Bruder, Digga. Scheiße runter, Alter. Nicht verarschen. Darf ich den nicht bekommen haben? Sie feuern Marsa. In Bewegung bleiben, Sergeant. Neue Position, aber bleib in Deckung, Gas. Oder sie sehen dich. Schießen und bewegen, Sergeant. Aber halt an, Jörg. Getroffen. Bist du? Schfreex. Bruder, bis sie da sind. er ist am Boden na klar, Digga, gerade anvisiert das war schon ein Todesfall noch ein toter Narko schalte ihn aus, ich nehme den anderen sauberer Treffer saubere Schüsse da waren die Zivilisten sie sind nicht bewaffnet was haben Zivilisten hier zu suchen dieser Brutplatz ist im Betrieb jemand muss die Fische füttern du nimmst ihn ich den anderen dreieinhalb Striche schalte zwei auf einmal aus ich nehme den anderen vier Striche Mist, er hat einen Schuss gehört als Optiker, komm er ist am Boden sie ziehen sich zurück bei Scharfschützen müssen sie in Deckung gehen Schütze eliminiert getroffen ich mache meine Schicksal das Gras hier alter gut, geht das alles höher mal steigen hoch, 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 hoch hoch, 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 hoch Sie feuern Mercer in Bewegung bleiben, Sergeant neue Position, aber bleib in Deckung des oder sie sehen dich als ob ich ihn nicht treffen digga diese scheiß gott verdammte pflanze als optiker mit raketen ich habe fünf raketen ich dachte so stinknummer sauberer treffer sie besitzen wir letzten sie sind nicht bewaffnet was haben zivilisten hier zu suchen dieser brutplatz ist in betrieb jemand muss die fische füttern du nimmst ein nicht den anderen drei strüche schaltet zwei auf einmal aus ich nehme den anderen vier strüche ist ein schuss gehört getroffen sie ziehen sich zurück bei scharf schützen müssen sie in deckung gehen schütze eliminiert hallo ich habe doch geschossen der wird sie verarschen oder was so wo sie beruhen sollen an ihren scheiß mördern alter sie kennen sie feuern mörser in bewegung bleiben sergeant neue position aber bleib in deckung gas oder sie sehnt dich geboten alter ich bin doch schießt und bewegung ich mache ich doch also tipps doch alter jung ist das erste mal die treffer auf dem pc schüsse Gibt es Dinge im Leben, kann ich nicht verstehen, Digga. Auch... Zwei andere sehen ihn. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel zu treffen. Er ist ganz allein, zweieinhalb Striche. Direkt ins Ziel. Er ist am Boden. Er ist allein, dreieinhalb Striche. Im Ernst, Kai, warst du in der letzten Zeit mal beim Augenarzt? Digga, ich habe doch richtig geschossen, Digga. Das muss mir jeder erklären, sagst du gewollt vom Spiel, oder? Alter. Es ist nur eher dreieinhalb Striche. Zum Glück bin ich hier. Kannst du dir da mal erklären, Digga? Er ist ganz allein, dreieinhalb Striche. Willst du das hier zum Bringen? Dreieinhalb Striche heißt jetzt dreieinhalb Meter, oder was? So, ich sehe jetzt noch zwei Gruppen. Das sind ja die Zivilisten hier. Und ich sehe jetzt noch die hier einmal. Er ist in Sichtweite von zwei anderen. Kannst du die Stelle wechseln und zwei auf einmal treffen? Weiß ich nicht. Alles bereit. Was? Schau, Digga. Ich würde da gehen zwei auf einmal hier. Ja. Zwei andere können ihn sehen. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel auszuschalten. Ich bin in Position. Vier Striche. Ein bisschen noch weiter, Digga. ein venusch Sie hier haben. Du Ok, jetzt ich vernischte durch das Gras, alter. So, komm mal. Jetzt müssen Sie in Deckung gehen. Getroffen. Oh. Schönen wir dich, du mal. Marsa. Oh, geht weg, geht weg. Sie feuern Marsa. In Bewegung bleiben, Sergeant. Neue Position, aber bleib in Deckung, Gass, oder sie sehen dich. Schießen und bewegen, Sergeant, aber halte Abstand. Schießen und bewegen, Sergeant, aber halte Abstand. Er ist am Boden. Schönen, 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 Schönen Weg 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 weg. Welches Thema schluss! ich komme an diesen nicht ran alter ich frage ich denke ein digger nicht zu weg oder was getroffen schütze eliminiert er ist am boden schütze eliminiert getroffen der ist weiter vorne die die Hecht am Boden. So, und die anderen? Kein Treffer, ich verstehe es nicht wirklich. Schütze eliminiert Ich weiß aber noch nicht, ob das so gewollt ist vom Spiel oder... Das ist ja nicht getroffen, Digga, als ob! Und wie nah soll ich denn ran, Alter? Soll ich nach vorne oder was ich jetzt nach vorne? Getroffen Mörser-Teams ausgeschaltet. Gute Arbeit, Sergeant! Danke, gleichfalls Wir sind sicher, Zeit nach unten zu gehen und einen Weg hinein zu finden Ich geb dir Deckung Wieso ich und nicht du, Captain? Wieso ich und nicht du, Captain? Weil ich der Captain bin und du nur Sergeants Bewegung Haha, das war super Verstanden und bestätigt Achtung, ich erkenne keine Aktivität Wenn Sie Raketen transportieren sind Sie entweder schon lange weg oder irgendwo in diesen Gebäuden Hoffentlich ist es letzteres Okay, noch andere Waffen? Schon da, Sergeant Moment Gas, von der Rückseite des Gebäudes kommen Fahrzeuge in deine Richtung Sie haben dich wohl nicht gesehen, sei vorsichtig Versteck die Waffe, Gas Sie verlassen die Fahrzeuge Sie finden dich nicht, wenn du dich nicht bewegst Wenn du auf ein Feuergefecht raus bist, wirst du es bekommen Ich bewege mich nicht, Digga Sie tragen Panzerung Sie lauf den Kopf, wenn du angreifst Sie kommen an, Sie haben dich gehalten Sie kommen an, Sie haben dich Sie kommen an, Sie haben dich ich bewege nicht bewegen aber bitte 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 oh nein bitte nicht oh nein bitte nicht oh nein bitte nicht oh nein bitte nicht oh nein das ist so schlimm auch die laufen zurück okay oder was geht es hier denn ab ja 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 Was ist das? Was ist denn was? Sicherlich. Ich kriege weiter. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Bruder, das ist wirklich hart. Ey, sowas in echtem Leben machen wollen? Nicht mit mir, nicht mit mir. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Spend mal weiter. Lager. Da. Beide sichern. Ach ja, ich liebe es, wenn ich auf mich alleine gesteckt bin. Ich bin durchs Tor. Verstanden. Finde einen Weg hinein. Wir müssen wissen, ob Raketen in diesen Gebäuden versteckt sind. Ah ja, Herr Käpt'n. Kommt hier rein. Äh... Und wo die Tür? Da ist die Tür. Ja, ja, okay. Hau ab. Okay, verschlossen. Was war das da unten? Wow! Hallo! Hallo! Hier? Ähm... Wir müssen kurz schießen. Wir haben mehrere Möglichkeiten reinzukommen, Sergeant. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Das sind Zivilisten. Sie sind nicht bewaffnet. Vorschläge. 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 Jemand muss die Fische füttern. Durchbruch mit Sprengstoff, Beschuss durch die Oberlichter oder Trängas durch die Lüftungsschächte, um sie rauszutreiben. Alles klar. Ich bin dabei. Gut, Herr Krätschner. Wenn von heute Trängas... ...dichte Lüftungssch... Oh! Oh! Der ist alarmiert. Ach, Scheiße, da kommen Sie. Oh... Du hast Ladungen für die Türen, wenn du sie brauchst, Sergeant. Zivilisten. Okay, C4 Sprengstoff, das weiß ich nicht mehr. Und die Taste? Fest am Boden. Digga, was haben die hier für eine Ausrüstung? Oh, Bruder Digga. Das ist... Schauen wir mal rein. Wir haben bewacht die Tür. So. Ach, jetzt sehen wir auch, wie viele hier sind. Okay, das ist praktisch. Lachen wir gerade über das? Oh, 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 oh. Er ist alarmiert. Scheiße. Scheiße, da kommen sie. Sehe mehrere Möglichkeiten reinzukommen, Sergeant. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Vorschläge. vorschläge durchbruch mit sprengstoff beschuss durch die oberlichter oder trängast durch die lüftungsschächte um sie rauszutreiben alles klar ich bin dabei warum mache ich die scheiße eigentlich alleine wo kommt der wichser nicht mit so wir schauen noch mal wieder ja 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 Komm, wir schauen. Vorschläge? Durchbruch mit Sprengstoff, Beschuss durch die Oberlichter oder Trinengas durch die Lüftungsschächte, um sie rauszutreiben. Alles klar, ich bin dabei. Läuft da wunderbar, die Scheiße hier älter. Das ist ja alles, wer von vorne machen muss. Das ist ein bisschen nervig. Vor allem werden die gleich alarmiert, kommen sie gleich mit der Panzerwestung, Alter. Und dann ist es vorbei. Ein bisschen, äh, abgefangen. Sehe mehrere Möglichkeiten reinzukommen, Sergeant. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Vorschläge. Vorschläge? Durchbruch mit Sprengstoff, Beschuss durch die Oberlichter oder Trinengas durch die Lüftungsschächte, um sie rauszutreiben. Alles klar, ich bin dabei. Ist ja alles schön gut, da sind ja diese Lüftungsschichten, ne? Die kann doch da nicht reinwerfen. Ähm, Maas Nummer C4. Ehe gebrückt, dass sie wieder fozieren. Also, das ist nicht so klug, wir müssen das schon irgendwie hier machen. Wöber�acht! Er ist alarmiert! Ach Scheiße, da kommen sie. Einer getroffen! ach komm bruder digga meine fresse digga ich mache das jetzt hier gleich auf die sagt die randa warm und dann doppelt er ist am boden Nein, nein, keine Granata! Keine Granata! Granata, Granata, Granata! Wie viele sind denn hier drin? Nein, nein, nein! Digga, was soll ich denn da machen, Digga? Ich baller wie ein verrückter Digga! Alter, die Schnurze voll jetzt, Alter, wirklich! Ey, Digga, so viel Pech, Digga, auch wirklich nur ich, ne? Wer ist verletzt, Alter! Kommt noch ein! Ach, scheiße, da kommen sie! Wo? Test am Boden! Oh, da kommen, wo sind die? Ja, ich weiß! Getroffen! Auf, 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 auf! Digga, du Scheiße! Gottverdammt, Scheiße! Ist denn die Waffe? Digga, was soll ich denn hier machen, Alter? Treffer! Ach dann! Sie sind tot, alles klar, gut! So, jetzt mit Gefühl, Alter! Einer getroffen! Ach dann! Schönen, 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 schönen! Ja, deine Mutter ist ne Granada, Alter! Hab noch einen! Komm mal! Oh, komm, jetzt schaffen wir's aber! Ja, 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 ja! Ah, 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 ja, ja, ja! Perfekt, perfekt, perfekt! Wach an! Ist das auch mal gut? Das Lagerhaus ist gesichert! Boah, endlich, Junge! Ey, ich hoffe, er ist jetzt abgespausert! Was ist denn da? Was ist denn da? Drogen? Was ist denn da? Drogen? Die Linien nähern sich vom anderen Gebäude! Auch nicht... Es scheinen fünf zu sein! Benutze deinen Herzschlagsensor und schalte sie durch Kopfschüsse mit einem Schalldämpfer-Scharfschützen-Gewehr aus! Oh! Hör der Seite! Kopfschüsse... Pass auf die Türen auf, Gas! Hör der Seite! Sieh! Ferse! Kalk, A, schau ihr euch! Ich bin keine Türen auf! Pfff! Dehört! Jetzt endlich mit. A donde chingados? Todavía nada. Oye, busca por allá. Individo. Feiner wenig Mist. Er hat einen Schuss gehört. Das macht zwei. Ach, scheiße, da kommen sie. Drei erledigt. Zwei noch. Vier. Nein, 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 nein. Nein. Komm, stopp, 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 stopp. Ist tot. Alle tot? Zählen kannst du. Wirst du jetzt etwa frech? Ich mach nur Spaß, Captain. Wir sollten lachen, solange wir es noch können. Konzentration, Junge. Ja, Ma'am. Komm mir nicht mit Ma'am. Ich bin immer noch schneller als du. Kein Kartelle mehr im Gebiet. Alle tot durch plötzliches Loch im Kopf. Ich will wissen, ob es dort Raketen gibt. Überprüf das nächste Gebäude. Gleiches Spiel, Gas. Du kannst rein stürmen, die Oberlichter nutzen oder Trenngas einsetzen, um sie in die Flucht zu schlagen. Okay. Was ist das andere Gebäude? Wenn hier so ein Spezialkommando in den Halter kommt, habe ich aber keinen Bock drauf. So, jetzt ist das nächste Gebäude. Okay. Ich hoffe, ich habe dafür gut bezahlt. Ich habe dafür so viel Gasse. Das ist so eine Scheiße, Yamaha. Du hast Ladungen für die Türen, wenn du sie brauchst, Sergeant. Danke schön. Ich muss hier nur eine Tür verlassen. Ich muss hier alles mit den Türen ankommen. Oh, oh, oh. Ahhhh 2er Da kommen wir aus Komm Oh, Bruder Hab noch einen Wart noch Gut Na, Digga, schräg Deutsch Bruder, komm jetzt Auf dein Gottverdammt Versteck raus jetzt hier Treffer Das war ein Bild Einer getroffen Einer getroffen Gut, muss machen Chill, chill, chill Du seid ja Hab noch einen Ja, Zweifel Treffer Perfekt So Das Haus ist sicher Keine Container, die groß genug für eine Rakete sind Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist Seh dich um, vielleicht findest du was Okay, bin dran Muscheln Was zum Henker Hier stinkt es bestialisch Es ist eine Brutfabrik für Fische Jetzt weiß ich, wieso du mich allein losgeschickt hast So Aber hier ist nicht Achtung Das hier ist nicht wie der andere Raum Hier gibt's wirklich Fische So und jetzt ja Und Drogen Drogen, Drogen, Drogen Was soll ich denn noch suchen, Digga? Hier ist nichts Was soll ich denn noch suchen, Digga? Muscheln Diese Wasserbottikel hier, Alter, überall Hier ist auch nichts Wasserbottikel, Wasserbott... Die Kisten Könnte Papierkram sein, Akten, Karten, Computer Wie sieht es an der Küste aus, Laswell? Alles ruhig Heißt aber nicht, dass nichts vorgeht Heißt nur, dass wir es nicht sehen Genau was für die CIA Du sagst es Hab was gefunden Was? Laubhausen Hinter diesem Ort steckt mehr als vermutet Da sind Tunnel unter dem Leuchtturm Dann sollten wir zum Leuchtturm Wir treffen uns draußen Verstanden Okay, geht's Wir gehen noch raus Ach nee, Bruder Das ist alles Geht da bis dahin Gut Dann können wir zum Leuchtturm gehen Dann wird die Leuchtturm Wir haben die Sandarm Unter rauser Leuchtturm Unter Leuchtturm sind dort Punnnel oder irgendwie so Interessant Interessant Na ja, wollen wir mal sehen. Was wir dann da unten noch so alles Schönes finden werden. Boah, du Scheiße, der. Zwei andere sehen ihn. Suche eine Stelle, um zwei mit einer Kugel zu treffen. Er ist in Sichtweite von zwei anderen. Zwei Striche. Es ist nur er. Zwei Striche. Ziel auf den Kopf. Warte auf meine Entfernungsangabe und halte vor dein Ziel, wenn es sich bewegt. Wachsam bleiben. Sie dürfen die Leichen der anderen Patrouille nicht finden. Er ist allein. Zweieinhalb Striche. Ziel auf den Kopf. Zwei Meierungen für den Ball. Im Ernst, Kai. Warst du in der letzten Zeit mal beim Augenarzt? Das wird jetzt zweieinhalb Strichen Aussicht. Zwei andere können ihn sehen. Suche eine Stelle, um zwei mit einer Kugel auszuschalten. Vielleicht hier. Nee. Noch irgendwo andere. Ich bin bereit. Zweieinhalb Striche. Weiß ich nicht. Ich bin bereit. Zweieinhalb Striche. Ich bin bereit. Zweieinhalb Striche. Ich bin bereit. 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 Zwei Striche. Geduld, Sergeant. Mehrere Kartellwachen können ihn sehen. Vielleicht teilen sie sich noch auf. Wann nehmen die jetzt? Mein Gott. So. Schalte zwei auf einmal aus. Ich nehme den anderen. Zwei Striche. Ziel auf den Kopf. Zwei Striche. Also das heißt noch weiter vor. Einenhalb Striche. Zwei andere können ihn sehen. Suche eine Stelle, um zwei mit einer Kugel auszuschalten. Schalte die zwei gleichzeitig aus. Ich nehme Ihren Freund. Zwei Striche. Er ist alarmiert. Was ist das? Sie ziehen sich ins Innere zurück. Auf die Fenster achten. Fest am Boden. Warum kommen meine Kugeln eigentlich nicht an? Ich verstehe es wirklich nicht. So. Sie schießen zurück. Ruhig bleiben. Position halten. Das ist wirkungslos. Sie sehen uns nicht. Gas. Auf der Straße da unten tut sich was. Sie halten an und steigen aus. Versteckt die Waffel, Gas. Sie halten an und steigen aus. Versteckt die Waffel, Gas. Dürfen nicht entdecken. Captain, diese Typen sind nicht vom Kartell. As well. Hörst du das? Bestätigt. Gas. Sprechen sie Arabisch? Weiß nicht. Weiß nicht. Muss Al-Katala sein. Hassans Männer. Okay. Puh. Da sind sie ja. Schönen wir mal. Das ist so hoch. Eigentlich dürften die uns hier echt nicht sehen. Nichts. Nichts. Yallah. Schneller. So, die machen vorrücken oder was? Dann breitet er sich an. No, 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 no. S videota. Heidik, veralt mal Morda. Kein Schitter, man. Töma. Mach auf. Okay. Soll denn jetzt noch die Gebäude sicher nach vorne haben? wir werden wir mal hin heute will das fett ist ein schnittenspecial so wie die letzte folge dafür gerne auch einen dicken downer runter lassen wollen ich will schon gleich wieder die lite einheit hier wir sind weg du kannst dich bewegen das war knapp verstanden ich vermute es ist Alcantara wenn Hassan Soldaten hier hat dann läuft irgendwas oder lief der Leuchtturm ist von mehreren Gebäuden umgeben geh dahin und überprüfe sie hier ist ein Boot drin so viel Pech in einer Folge getroffen einer getroffen haben wir eine Panzerwesten Und was ist das hier oben alter, kannst du ja hier nicht ausmalen Wo, 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 go, wo, 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 wo. Granade, Granade, Granade Fertig auf den Boden Gut, perfekt. Schöne, ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Gut. Ich habe noch einen. Woh, 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 woh. Noch lang. Gut. Alter, wie viele sind jetzt genug drin? Da hast du sicher. Durchsuchen. Gut, hier ist ein Boot. Also Fack-Munition, die nehmen wir mit. Nachleinen. Durchsuchen. Ich habe was. Kisten und Koffer. Alles russisch. Was ist drin? Sie sind leer. Frisch ausgepackt. Russland, unterstützt den Iran. Vielleicht helfen sie Hassan auch direkt. Das wird immer größer, Can. Die Gebäude gegenüber sind noch bewacht. Sichere sie und such den Eingang zu diesen Tunneln. Okay, bin dran. Machen wir einen Top-Zellenzeiger. Und da, kommt da. Ah, okay. hab noch einen also komm her, wann hat er her oi 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 vorne ist sicher, alles war mit oben ob der jetzt weiter rein wo? 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 hey, wie lange du? ich hab dich halt mal, halt mal einer getroffen so, perfekt das ist schon echt hart, dass man hier alleine gehen muss was ist das hier? ein waschraum, ok gut, der ist gesichert, wir sichern erstmal den Raum hier gut, gesichert, ok und drücken vorsichtig weiter vor waschmaschinen, Digga noch mal gut gut gepanzert gesichert ja, nicht gesichert ah, ah, ah weg, 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 weg wuuuuh gut perfekt komm her ha, 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 ha wie hier? ja, Digga, wenig Munition was ist das? was ist das? was ist das? was ist das? Raketen negativ sieht nach Wohnbereich aus bleib da, Gas, ich stoße zu dir wir müssen einen Weg in diese Tunnel finden machen machen wir da ist Munition perfekt so, gut ok so, alles gesichert ja, jo sieht's gut aus was hat's hier, Alter ich Digga was ist das denn? boah so, wo bist du? boah komm mal rein, Gas, nicht feuern verstanden ja such einen Weg in diese Tunnel vielleicht hinter irgendwas an der Wand oder im Boden versteckt findet den Tunneleingang, Jungs ja, mach mal doch also, hier ist nischt hier ne irgendwas an der Wand, irgendwas am Boden im Tunneleingang würde ich überhaupt am Boden ausstützen ja, ja ja, ja such an den Wänden, ich prüfe den Boden so, ich such an die Wänden hier ist nischt doch unauffällig, ne? das ist ein Bad auch nicht unauffällig ne, das ist doch ein Schuppendigger hier, Alter da kannst du den hier ausmalen auch nicht ja keine Ahnung ob du was gesehen hast bis jetzt, aber ich nicht was ist das? ich finde nischt und wer macht den Tunnel an die Wand, Digga ja auf dem Fußboden, ja also ich bin jetzt hier jeden Raum durch nicht und hier ist nischt weißt du was? ich finde hier nischt, hallo auch nicht an der Wand bin selbst schon schon 500 mal dran vorbeigelaufen oder irgendwie so und dann muss ich das hier mal abzucken hier und dann vielleicht aussehen nicht das war sauber ein Bad hätte ich ja vermutet aber weiß ja nicht, Digga das war das so klein nicht ich nicht finde nischt ja hoffentlich glaube ich haben wir schon geguckt das ist hast du was? ich finde nischt das ist blut c4 ok ich finde nischt leider hilft mir noch mal weiter oder hier irgendwas oder wo denn hin ist ich finde hier nischt vielleicht hier da auch nis hier ist Eingang Drogen über Drogen über Drogen da ich finde nischt findest du was? der red doch nicht ne? der Hund alter boah der ist hell wenn du ja rauskommst alter Junge wo ist denn wieder Tunneleingang alter alter was ist das hier gestern oder was die ist nischt ich habe ja alles abgeklappert digger hier ist nischt egal welche polnzeitschrift von fahrtino einer ahnung das echte bilder digger wo ist denn dieser verdammte Tunneleingang oh da war kein sound alles wahr ich finde da stimmt ihr was mein gott alter jungen da spaziert hier 30 Jahre hoch anstatt der mal hier ist nischt wo soll denn hier was sein wo soll denn hier was sein alter wo soll denn hier was sein alter wirklich hier ist nischt da ist nischt da ist nischt ich finde nischt alter ach das sind schon mal mein gott alter hier vielleicht hier vielleicht ob ich doch ein dinger durchsuchen es ist hier schon fünfmal durchsucht alter ich weiß ja nicht noch was ich nicht noch durchsuchen soll da wir gehen jetzt mal alles durch hier im bad ist das nein ist eine dusche lassen handtuch noch okay hier im flur des mozsack da war ja muni fußball da war doch immer noch ich habe ich in der besicht sich viel hinschmeißen soll und dann hier bambam bambam passiert nichts keine ahnung, ich weiß nicht was ich noch machen soll durchsuchen hier vielleicht komm ich schmeiß noch zu viel hin passiert auch nichts ich weiß nicht was ich machen soll ich weiß es wirklich nicht dass sie vielleicht in die luft jagen, alter, keine ahnung aufpassen hier zur Seite, tut weh so aufpassen hier, geht ohne Stopp das ist alles heile die Kisten hier, keine ahnung was ist das denn hier gewesen wie gesagt, draußen ja, wo zum Fick ist dieser scheiß Tunneingang, alter ja, durchsuchen hier vielleicht, keine ahnung und wow ja vielleicht gedacht, dass es jetzt, hier der Tunneingang ist aber nein warum? diga, also jetzt habe ich hier wenigstens jede die die, die 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 in Luft gestrengt hier ist nichts, diga nichts hier gar nichts außer rauch, alter man, diga, wo ist denn dieser Gott verdammte Tunneleingang wirklich, wirklich, wirklich natürlich, wirklich, wirklich hier, kann ich nicht hoch diga die krise wirklich alter dass man hier nicht weiter kommt wo ist der tunnel wo ist der tunnel also sagt mir wo ist der tunnel wo ist der tunnel wo ist der tunnel wenn man hier nicht hilfe tipps oder so ein scheiß bekommen jetzt hab ich doch mal mein gott alter krise alter hier ist nicht aber ich nehme an einer stunde 20 auf habt nicht richtiger und bin jetzt diesen gott verdammten scheiß tunne ich denke ich finde finden dass ich dann hier eigentlich feiert machen kann ich habe hier vielleicht was kann ich schiebe du ziehst mein leben ist vorbei ich meine position brauchst du hilfe könnten fischer sein haltet euch an die mission kartele lieben tunne im gegensatz zu mir alter vor schönheit kämpfen ganz schön weitläufig die boote nähern sich weiterhin bisher kein ärger das gefällt mir nicht das gehört zum geschäft das ist nicht allein da draußen sein bin ich nicht ich bin ich bin bewaffnet sieh dir das an ein u-boot was zur hölle karte nutzen sie für den transport da passt eine rakete gerade so aber das ding schafft nie über den atlantik wir sind in einer höhle direkt vor der küste keine wachen keine raketen verstanden bin direkt gegenüber ich habe hier probleme john ok wir kommen das richtet eine waffe aufs meer was ist los bote nähern sich sieht auch wie alcatala sie haben waffen sie haben sie umzingelt kein ausweg ja sie ist auf dem alcatala boot sie entführen sie sie haben sie kämpfen wir müssen verschwinden und mit shepherd reden warte na los ja warte wir müssen leswell zurückholen los gehts gas sind unterwegs ein lebenszeichen woher stand das ursigstan da sie fahren nach osten vermutlich nach almazra sind sie im untergrund verlieren wir sie wir führen das team an das werden sie nicht tun john wiederholen general das ist ein tauziehen jungs wir müssen zurück nicht nach vorn seit wann seit jetzt wir schicken nicht gleich die kavallerie diese dinge brauchen planung und vorbereitung diese dinge brauchen gewalt und timing ich kann beides kates leben rennt euch eine sanduhr ich weiß sie sind sauer captain es war auf ihrer mission und das ist schwer zu akzeptieren sollen wir sie etwa aufgeben ich sage nur ich kann ihnen nicht helfen aber ich halte sie auch nicht auf in zwölf stunden ist sie zurück sterben sie nicht john laswell würde das nicht wollen und ich auch nicht general ich dachte kate wäre eine freundin krieg kennt keine freunde er kennt nur feinde viel glück wir kämpfen gegen al katala in ihrem revier da werden hunderte sein als wachen für laswell es fehlt eine armee die kann ich besorgen weg 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 los weg 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 Santa weg Okay, ich sehe sie. Du fährst zum Sammelpunkt. Wir sehen uns da. Ja, ma'am. Kapitän, die Zeit ist reif. Roger. Landung in eins. Und damit, Freunde, verabschieden wir uns jetzt von diesem überaus langen Video. Ja, heute leider Gottes jede Menge Pech gehabt, aber es ist glaube ich einfach nur, ich bin ein bisschen kaputt. Vielleicht liegt es daran, ein bisschen unkonzentriert war ich auch, muss ich sagen. Ja, aber es war wirklich eine coole Folge. War zwar sehr nervenaufreißend teilweise, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne einen dicken Daumen hoch da lassen, gerne Kanal abonnieren, Glocke klicken, um keine weiteren Videos oder Leistungen mehr von mir zu verpassen. Und ja, gerne meinen Zweitkanal abchecken, den Schulz-Live, den Jinko-Live-Kanal mit Gott, Instagram und Discord. Und dann wird es auch abchecken. Und Freunde, damit will ich es nämlich raus. Euer Schulz von Jinko. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.